Du bist gut! Gut. Ich bin nicht Gott, nein, gut. Dauern war Wasser, deswegen hab ich überlebt. Ja, ja, wei, wei. Ja. Seit dein Varro tot ist das nicht voll verändert. Ja. Seitdem wir dich in Varro abgeschlachtet haben, hat sich voll verändert. Seitdem bin ich aggressiv. Ich töte euch alle! Warte mal, ob du aggressiv reagierst. Ich schreite immer seine Mutter an. Mama, ich töte dich, du Fotze! Ja, ja, wei, wei. Hallo, Rotpilz. Warte schien dann, du die! Warte schien dann, du die! Hallo! Gesundheit! Oh! Oh Gott, Alter, das war ich aber nicht. Ich war's nicht. Das war ich aber definitiv. Ich bin noch nicht da. Das ist Delay, das ist Delay, Delay. Nein, ich hab noch eine in der Hand. Geh weg! 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 Okay, Rotpilz hat nicht gehört und wollte nicht weggehen. Ja, gut, dann haben wir jetzt das Problem. Du hast mir nicht mal die Chance gelassen. Ich bin Detective. Ne, Mr. Moore, Mr. Moore stand direkt daneben. Nein, Mr. Moore, ich redundiere meinen Verdacht, weil du standest direkt daneben, deswegen bist du kein Traitor. Ach, danke. Ja, Rotpilz liegt nämlich mit deinem Schrank. Und was, ein Väter ist schon gefunden? Ja. Mr. Moore, es ist, er hat eine Feldgleiche geworfen. Mr. Moore, nein. Nein, Mr. Moore, Rotpilz ist schon voll. Bist du scheiße? Ja, bin ich. Ich bin richtig scheiße. Ich hab mir gedacht, da ist keiner mehr am Worte wegrennen und dann sieht Modardo mich einfach und denk so, scheiße, scheiße, scheiße. Ach so. Na egal. Yolo, ich mach mich halt tot. Ich mach da oben. Nein. Hä? Ich bage um. Ja, du kannst dir einfach direkt wieder auf das Haus gehen, was er einschließen kann. Hä? Was ist das denn? Alter, Mr. Moore. Och nein. Ich hab dir das wirklich nicht angeschossen, Mr. Moore. Modardo und Trade haben mir Schaden gemacht. Hä? Ich bin nicht nur auf Tektor. Und Modardo. Kannst du mich heilen? Leider nicht. Warum? Leider nein, leider gar nicht. Und wer hat dir Schaden gemacht? Ja, ne Granate. Okay, an mir ist ein Shurik. Oder war das ein Schlag? Das war ein Schlag. Boah, Mann. Hä? Mordardo. Mordardo. Mordardo hat einen Newton Launcher gehabt. Nein. German Let's Play hat einen Newton Launcher. Nein, hat er nicht. Und ich hab nur eine Smile. Guck. Ich guck nach. Schießt mich nicht an. Schießt mich nicht an. Ich bin da halt bezündet von Rotpilz. Hä? Ich mach doch gar nichts. Delay, geh weg. Hör auf. Ja, geil. Er ist unten. Ich kann nicht nachgucken, Leute. Hör auf. Delay, schieß auf mich. Ja, der ist auf mich zugegangen, einfach so. Mordardo war aber auf jeden Fall Traitor. Ja. Du bedenst. Ein Traitor ist tot. Warum steckst du mich? Ich grade ihn wäre wegge... Ja! Na, Kampfkill. Sauber. Hört keiner mir zu. War das cool, ey. So, Mike, komm, ich hab einen Newton Launcher. Ich hab einen Newton Launcher. Die war so geil, die Runde. Warte, ich stell mich ganz oben auf die Dachspitze und du schießt? Ja, ja, genau. Aufgeladen, aufgeladen bitte. Wow, du fliegt mir echt weit. Aber ich lebe noch. Warte. Und nochmal. Komm mal. Ahhhhhhhhhh. Ahhhh. Ahhhh. Uhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Nein, ich komm mit. Warum so am Boden an? Holly. Hey. Willst du meine, äh... Shotgun haben? Oh ja, gerne. Gib mal her. In dein Gesicht. Oh, warte, ja, okay, ja. Zack. Ein bisschen dumm. Ja, liegt doch noch einer. Achso. Ich hab sie ja nicht genommen. Jaaaaaaah. Oh, Steam Valiation! Rejected! Was muss ich machen, Aldardo? Oh nein. Was? Ich hab auch nur Schutgang. Geh da lieber weg, Holly. Du musst nur stehen bleiben, sonst... Ich hab was gekauft, ich hab was gekauft. Ein Visualizer. Warum? Jetzt kaufen wir ihn auf einmal alle. Warum kauft ihr den? Der läuft doch so schnell. Oh Gott, Holly ist wieder Detektiv. Ich werde an keine Herzzeichen gehen. Selbst wenn ich sehe, dass du sie setzt. Jeder hat Platz hier. Genau, könnte ja trotzdem noch der andere gewesen sein. Ja, tausch die schnell aus. Okay. Die beste Kombi ist einfach, einen Doppelgänger zu machen und dann eine Heelstation zu setzen. Also Doppelgänger und dann die Identität des Detectives. Detectives. Alter, wie kriegen wir das denn? Aber das hinzukriegen ist richtig schwer. Ja. Will Poker ums Leben spielen. Wir haben es ja noch nicht mal geschafft, uns als Detective zu verkleiden. Doch, in der letzte Runde hat es jemand gesagt. Ja, ich hab's auch schon geschafft, aber nicht so, dass man drauf reinfällt, weißt du? Doch, das hat aber geklappiert. Einer als Mr. Moore. Probiere ich mal irgendwann. Dann. Hätte ich doch Detective der Detectives. Da ist nur ein Traitor, ne? Ja, stimmt. Nein, nein. Gibt zwei, weil beim Erstellen noch alle drauf waren. Achso. Ah, okay. Okay, verstehe. Könnte aber auch ein Traitor rausgeflogen sein. Maudado, wieso schaust du mich so an? Ja, und woher weißt du, dass es zwei jetzt sind, Maudado? Hä? Weil beim Erstellen von den Gruppen noch alles drauf waren. Nein, du siehst gerade deinen Partner, was? Du siehst deinen Partner. Oli, bist du Traitor? Ja, Detective. Detective Traitor. Scheiße, ja. Ja, Maudado. Können wir mal loslegen, die Traitor? Let's get the party started. Okay, let's go, man. Let's make some party. Boom. Zombee. 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 Weil er mich angeballert hat. Ich hab dir zwei Headshots gegeben und du bist... Hast du einen Schaden bekommen? Nee, haben wir nicht getroffen. Ich hab dir zwei mal im Kopf geschossen. Unfair, unfair, unfair. Ich war übrigens alleine, weil Osaph weg war. Und ihr wart einfach zu viert in einem Raum und habt die ganze Zeit nur im Kreis gegrückt. Ach, ich hätte wer? Giat Bombe. Doch klar, ja eben, die hat. Ich hatte keine Punkte mehr, das war ja die Sache. Ah, okay. Weil Osav noch drauf war, als die Runde angefangen hat. Geh weg von mir. Osav, geh weg. Warum schießt da jemand? Osav, geh weg. Who are you shooting, we? Er wollte nicht weggehen, ich habe ihn gekillt. Ich habe dreimal gewarnt, dass er getötet ist. Ja, klar. Er hat schon mal einen Inno getötet? Weil der Detective steht über dem Gesetz wieder. Ohne Kack, ich wollte hier was machen und er geht einfach nicht weg. Das ist ein zweiter Traitor. Ah, okay, Osav ist da. Ja, hm. Halt doch, wenn du schon mal der Traitor. Ich bin auf meinem Zimmer. Nee, guck. Manu, 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 Manu. Super, jetzt bist du ein schönes Opfer. Warte mal, ach man. Geh mal weg. Bleib mal da stehen. Bleib mal da stehen. Schaden gekriegt? Nein, da ist ja neben geschossen. Kann man durch? Ja, man sieht deinen Kopf da an. Ich gehe mal weiter nach rechts. Hä, wieso willst du mir einen Kopf schießen? Geh halt nach rechts. Ich würde gerne wissen, wie viel Schaden du kriegst. Aber du kriegst doch hier's Klammer. Ah, hä? Sieben Schaden. Sieben. Aber so mein Körper. Au, du brennst. Der Typ da hinten. Holly, Holly, Holly. Was, 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 was? Holly ist es? Ach komm, Alter, ich bin Detective. Du bist es. Okay. Holly? Ja, Zombie schießt, Zombie schießt. Au, nein, Maudado. Oh, egal, ich töte dich jetzt. Wer ist denn jetzt? Maudado und Holly, Maudado und Holly sind es. Ja, Polly getötet. Ja, okay. Oh, da schießt. Ich hab dich eingezendet. Du bist so gelaufen, dass man gedacht hatte, du seist Holly. Holly war im Badezimmer die ganze Zeit. Manu, als mich gerade erschossen hast, war ich gerade am springen und hab versucht, zurück über die Theke zu hüpfen. Du hast aber nichts dazu gesagt. Ich wollte es gerade sagen, dann hast du mich schon erschossen. Schon, nach dreimal sagen. Hä? Nach dreimal sagen. Ja, weil ich gerade noch mit Schießen beschäftigt war. Nein, ich bin schon mal an. Nein, ich bin schon mal an. Nein, ich bin schon mal an. Stand ist dann fast, Osap, selber schuld. Ich weiß, ich hab... Ich bin Richter. Er ist tot. Du bist Richter? Wo ist Osap? Ist das schon irgendwie auf irgendwelchen? Ich bin noch am Leben. Osap lebt noch. Ich hab mich angespringt. Weil du so gesagt hast. Darf ich hier rein? Ne, ne? Achso, ich... Nein, das machen wir ohne Schwingen. Ja, ich weiß, das machen wir ohne Schwingen. Osap tötest du. Achso. Aber ich bin Inno. Das ist der Trader-Tester. Glaubst du mir auch ohne, dass die Lampe leuchtet? Nämlich verdächtig. Ach, Olli. Hä? Ich dachte, ich dachte, da hier wäre der Dingens, der... Ne, 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 ne. Ich hätte eine hohe Mordato. Ne, ne, ne. Ne, lass mal, nachher stirbst du. Ich mach die Träume. Ich lebe gefährlich. Kann mal jemand anschwingen? Man lebt. Oh, leck. Oh, 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 oh. Das leckt gerade richtig. Ja, Frame Drop. Ja, Melonenladen ist gestorben. Osap! Achso. Oh Gott. Die Melonenladen ist einfach gestorben. Ja, war ja klar irgendwie, ne? Ja, irgendwie schon. Du meinst du selbst Mord? Das geht nicht, Olli. Was? Das geht nicht? Oh, hey. Olli ist Richter, oder? Ja gut. Ich kann es vielleicht selber an. Boah, ich hätte schon fast gesagt, dass die beiden Traitor sind. Ja, Herr Richter, ich habe jemanden anzuklagen. Was denn? Was geht ab? Ich möchte German Let's Play des Mordes an zukünftigen Opfern dieser Runde anklagen. Okay, ich dachte schon, ich habe ihn mal gemacht. Also, ich möchte eine Sitzung einberufen im Gerichtssaal. Oh Gott, er will uns wegspringen. Dario will uns wegspringen, ist er nicht rein. Ich setz mich in die Mitte. Delay ist traiter, Delay ist traiter. Was redest du? Ich werde den Detektiv mitnehmen. Okay, wer hat jetzt noch geballert? Ihm hat noch gerade auf Holly geballert. Ich habe nur drauf geschossen. Ich habe nur drauf geschossen. Ich bin Traitor, ich bin Traitor. Ja, ich auch. Ich auch. Geh weg von der... Hä? Was hat das für eine Range? Wer ist denn noch gestorben? Ich? Wie bist du denn noch gestorben? Ja, keine Ahnung, die Range ist anscheinend richtig heftig. Krass. Ja, Maulado, du warst es, oder? Ja, ich war es. Allein schon, hoffentlich stirbst du nicht. Und dann, in dem Moment, als ich gerade reingegang... Nein, 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 nein. Ich habe ja... Du warst der Einzige, der auf mich fixiert war. Ich habe nicht gesagt, hoffentlich stirbst du nicht. Machst du lieber nicht, sonst stirbst du. Und dann bist du trotzdem reingegangen. Du warst der Einzige, der auf mich fixiert war. Ja, ich weiß. Fixiert. Ja, der ist nur Zonde über... Wow. Äh, ich gehe mal ganz kurz schiffen, okay? Ich zöte gleich die Fässer da. Ah, ja, okay. Oh! Das war O-Saft. Oh! Das war einer direkt exkript. Oh, nee, das war die Toilette. Wir Traitor. Okay, ich habe auch drauf geschossen. Also O-Saft ist schon was zu sehen. Ich kack weiter. Das ist nicht dank, dass es ein Random Kill war. Es waren die Fässer. Ach, da oben ist noch ein Fass. Wer hat das Fässer hingestellt? Da war ein Fass. Das hat sich ausgefasst. Und dann hier drin im Gerichtsaal ist noch eins, ich zerstöße es. Wer ist der Traitor? Nein, ich habe alles unter Kontrolle. So machen wir den Gerichtstermin hier noch. Was ist das hier? Trotz allem. Trotz allem. Ich bin der Detective God. Heiliger Detective God. Der Detective. Okay, Zombie, ich gebe dir eine Aufgabe für dein Leben. Geh... Da ist ein Fass. Wow! Hey, warte, warte. Genau. Ja, kannst du machen. Untersuch mal. Du bist aber wahrscheinlich Traitor. Ich helfe dir. Gut. Und der hier wahrscheinlich auch. Warte, töt den anderen noch. Ah, nee. Ich bin wahrscheinlich alleine mit euch. Ja, klar. Was? Tami ist Traitor. Weil du Traitor bist und der andere auch. Warum sollte ich töte sein? Nein, Mauladu ist doch schon tot. Mauladu war Traitor. Ach so. Ach so. Ja, das wusste ich nicht. Aber Tami ist trotzdem Traitor. Ich bin Inno. Dann töt den anderen da drin. Wo ist der? Den anderen da drin. Du bist gemeint, du aushaft. Ja, komm Zombie, komm. One versus one. Okay, warte. Ja, ich schieße nicht rein. Moment. Oh Gott, Zombie. Okay. Jeder ist da drin. Hä? Äh. Au. Au. Ich hatte sogar noch einen Teleporter beim Klo, wo ich gerade reingekackt habe. Ich kann es euch mal eben zeigen, falls er mich hier gerade stalkt. Gekackt? Ich habe gerade hier reingeschissen. Ach nee, hä? Wo ist denn das? Das ist egal. Hier habe ich erst reingekackt. Da. Und dann zweimal hier rein. Und dann habe ich hier den Teleporter gesetzt. Und mich verbrannt. Nachdem ich die Warnpläte getötet habe. War ein Masterplan. Bin ich gefährlich oder was? Lass mal ein Masterplan machen. Jeder mit Fass ist einfach ein Arschloch. Tot. Wollt ihr euch nur zeigen, dass es da noch ein Klo ist? Hey Leute, guckt mal hier zum Fass. Bin ich ja jetzt gespawnt. Bin ich ja nie gespawnt in meinem Leben. Genauso klingst du für mich, Holly. Genauso. So wirst du für mich auch. Was? Ja, du Doofkuh. Ach man. Hey. Oh, jetzt wird es wieder gefährlich. Das Wörter will ich hier aber nicht hören. So. Ja, da muss ich rauskacken. Das Wort. Ja, ich auch schon wieder. Doofkuh, ey. Oh, jetzt habe ich es ja schon wieder gesagt. Ach, scheiße. Viel Spaß beim Bearbeiten, Mann. Bis zum nächsten Mal.